Es ist wieder möglich, Freunde, denn mit dieser Bot-Lobby habe ich gerade 20 Kills, einen Sieg und 200.000 XP gemacht. Ich konnte alle meine Aufträge abschließen und ich erkläre euch jetzt, wie es funktioniert. Geht in die Lobby und addet einer dieser Bot-Lobby-Spieler eine Zahl zwischen 1 und 100 Punkt Bot-Lobbys. Tretet dann der Gruppe bei und macht bereit. Viel Spaß in der Bot-Lobby, kommt auf meinen Discord, wenn ihr Hilfe braucht und lasst ein Like und ein Abo da und teilt das Video unbedingt euren Freunden.